Ich begrüße euch zu einem neuen Video und heute werden wir die beiden Libraries PyCord und Discord.py miteinander vergleichen. Wir werden schauen, was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede, wieso gibt es überhaupt zwei verschiedene Libraries und welche Libraries sind vielleicht am Ende für euch die beste, um damit Discord-Bots zu programmieren. Eine Sache vorweg, beide von diesen Libraries sind dafür gemacht, um mit Python Discord-Bots zu programmieren und manche von euch wissen vielleicht, dass ich auf meinem YouTube-Kanal eine Tutorial-Reihe zu PyCord gemacht habe, das heißt meine Bots sind persönlich auch in PyCord, trotzdem versuche ich natürlich bei diesem Video möglichst neutral zu zeigen, was die Unterschiede sind, aber um die beiden Libraries zu vergleichen, fangen wir am besten mal ganz von vorne an. Ich habe im September 2021, also für etwas über zwei Jahren, angefangen Discord-Bots mit Python zu programmieren. Dafür habe ich erstmal Discord.py benutzt, denn Discord.py war eine große Library, die schon seit 2015 existiert und jeder Code und jedes Tutorial, das ich zu Discord-Bots in Python gesehen habe, war mit Discord.py geschrieben. Kurz nachdem ich angefangen habe, habe ich aber leider gemerkt, dass der Owner von Discord.py die Library nicht mehr weiterentwickeln möchte. Der hat hier so einen langen Text geschrieben, in dem er ein bisschen rumheult, dass Discord blöd ist und dass er Discord.py deswegen nicht mehr weitermachen möchte. Das fand ich natürlich auch erstmal doof, denn das hieß für mich damals, ich muss mir einfach eine neue Library suchen, weil diese Library bald nicht mehr aktuell sein würde. Das Ganze war am 28. August 2021. Ich hatte aber Glück, denn noch am selben Tag, wo diese Ankündigung geschrieben wurde, wurde PyCord gegründet und PyCord ist ein sogenannter Fork von Discord.py. Das heißt, der aktuelle Stand von Discord.py wurde sozusagen genommen und dann von anderen Leuten bei PyCord weiterentwickelt. Und das war sehr gut für mich, denn Discord.py wurde ja nicht mehr weiterentwickelt und so habe ich dann alle meine Bots in PyCord geschrieben. Allerdings hat der Owner von Discord.py sich dann sechs Monate später gedacht, dass er die Library einfach doch wieder weiterentwickelt und seitdem sind PyCord und Discord.py einfach nur zwei verschiedene Libraries, die zwar auf derselben Code-Struktur basieren, aber bei denen es mittlerweile viele, viele Unterschiede gibt, vor allem natürlich bei den neueren Features, also alles, was mit Slash-Commands, Buttons oder Select-Menüs zu tun hat. Und genau diese Unterschiede gucken wir uns jetzt an, damit ihr beurteilen könnt, welche Library vielleicht für euch die bessere ist. Als allererstes vergleichen wir aber mal die Beispielcodes, die uns zur Verfügung stehen, wenn wir mit Discord.py oder mit PyCord arbeiten. Wenn wir anfangen mit so einem Discord-Bot, das ist ja immer gut, Beispielcodes zu haben, damit wir wissen, wie so die ungefähre Code-Struktur aussieht. Und da sieht es bei Discord.py etwas schlechter aus, muss ich sagen. Wenn wir nochmal zurück zu diesem langen Text gehen, wo der Owner von Discord.py die Entwicklung gestoppt hat, dann können wir aus diesem Text hier auslesen, dass die Hauptgründe dafür sind, dass er nicht zufrieden mit Discord ist und wie Discord die neuen Features implementiert. Und das spiegelt sich leider auch hier in den Beispielen wieder, die wir bei GitHub sehen, denn wenn wir hier mal runter scrollen, dann sehen wir hier bei den Hauptbeispielen, dass hier nicht mal ein Beispiel für ein Slash-Command ist und das ist für neue Nutzer eher kontraproduktiv, denn Slash-Commands ist der von Discord empfohlene Weg, wie Bot-Commands heutzutage funktionieren sollten. Aber hier bei den Beispielen sehen wir erstmal nur die alten Prefix-Commands und auch wenn wir hier oben mal in den Examples-Ordner gucken, dann sehen wir bei den Slash-Commands nicht so viel. Wir haben zum Beispiel keine Beispiele, wie Slash-Commands in Cox funktionieren, sondern hier einfach nur eine ganz normale Bot-Datei, wo wir sehen, wie Slash-Commands in der Main-Datei funktionieren. Zusätzlich gibt es hier bei Discord.py aber noch einen Discord-Server mit einem Bot, der hat sehr viele Tags und über die Tags können wir dann unsere Beispiele so ein bisschen selber zusammensuchen, aber das ist ein bisschen mühsam. Hier gibt es nämlich hunderte Tags und sich da mal die Sachen rauszusuchen, die man gerade braucht, ist echt ein bisschen anstrengend. Und deswegen habe ich einfach mal auf GitHub meine eigene Beispielsammlung zusammengestellt. Vielleicht wisst ihr ja, dass ich eine Tutorial-Reihe mit PyCode gemacht habe und alle Codes aus dieser Tutorial-Reihe findet ihr hier auf GitHub. Und diese ganze Tutorial-Reihe habe ich jetzt mal in ein neues Repository getan und zu Discord.py umgeschrieben. Das heißt, wenn ihr irgendwas vergleichen wollt, wenn ihr irgendein Feature aus der Tutorial-Reihe sucht, dann könnt ihr hier auf dieses Discord.py-Tutorial-Repository gehen und euch einfach mal angucken, wie so die Codes bei Discord.py aussehen. Wenn ihr zum Beispiel also den Code für Models vergleichen wollt, dann könnt ihr hier einfach auf Models klicken und euch angucken, wie das Ganze bei Discord.py aussieht und im anderen Repository findet ihr dann denselben Code, nur für PyCode. Oder wenn ihr ein bestimmtes Feature sucht, wie zum Beispiel ein Button, dann könnt ihr einfach zu dem PyCode oder zu dem Discord.py-Tutorial gehen und die beiden Sachen mal vergleichen oder dementsprechend einfach für eure Library raussuchen. Beim offiziellen PyCode-Repository gibt es auch einfach so ein paar mehr Beispiele zu Slash-Commands, auch in Cox zum Beispiel. Es gibt dann noch eine extra Website mit einem PyCode-Guide. Da sind Tutorials für bestimmte Sachen aufgelistet, wie zum Beispiel Buttons oder auch Slash-Commands. Da könnt ihr euch auch gerne einfach mal durchklicken. Ansonsten haben natürlich auch beide Libraries eine Dokumentation. So sieht die Dokumentation von Discord.py aus und so die von PyCode. Da könnt ihr bei beiden Dokumentationen hier oben im Suchfeld einfach nach Sachen suchen und könnt dann bei vielen Sachen rausfinden, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht kennt ihr aus meinen Tutorials auch schon eScode. eScode war ja ursprünglich eine Erweiterung für PyCode. Ich habe da jetzt in den letzten Wochen auch Support für Discord.py eingebaut. Das heißt, egal ob ihr Discord.py oder PyCode nutzt, ihr könnt mit beiden Libraries auf die eScode-Features zugreifen. Kommen wir aber jetzt zum Fazit. Also welche Libraries solltet ihr denn jetzt wirklich benutzen? Und die Entscheidung kann ich euch nicht abnehmen. Das ist natürlich in erster Linie persönliche Präferenz. Aber ich kann euch ein paar Anhaltspunkte geben, an denen ihr die Entscheidung festmachen könnt. Beide Libraries haben Vor- und Nachteile. Wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung mit Python habt oder gerade angefangen habt mit Discord-Bots, dann ist meiner Meinung nach PyCode ein bisschen besser, um reinzukommen, weil die Syntax von PyCode ein bisschen einfacher ist. Discord.py hat zwar auch ein paar coole Features, von denen wir uns auch nachher noch ein paar Sachen angucken werden. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die für Anfänger vielleicht ein bisschen schwerer sind und zu denen es auch nicht wirklich Beispiele gibt, wie zum Beispiel, dass Cox asynchron geladen werden müssen. Das kann man dann zum Beispiel über diesen Setup-Rookie machen, den ich auch ziemlich praktisch finde. Den gibt es bei PyCode wiederum nicht. Oder dass man sich erstmal hier mit dem Command-Tree auseinandersetzen muss und damit auch das Error-Handling ein bisschen komplizierter für Anfänger werden kann. Aber es gibt auch ein paar coole Features. Diese Command-Decorator finde ich zum Beispiel bei Discord.py ein bisschen cooler umgesetzt. Und auch hier bei den Command-Parametern kann man zum Beispiel auch ein Literal angeben oder zum Beispiel auch eine In-Im-Klasse, wenn man das möchte. Also besonders für fortgeschrittene User gibt es bei Discord.py einige interessante Möglichkeiten. Aber wie gesagt, für Anfänger würde ich es bei PyCode ein bisschen einfacher einschätzen. Aber bei Discord.py sind auch viele einfache Sachen nicht implementiert, die bei PyCode selbstverständlich sind. Ein Beispiel dafür sind sogenannte Slash-Command-Mentions, also dass Slash-Commands hier so blau hinterlegt werden und man sie dann direkt anklicken kann. Das geht bei Discord.py zwar auch, aber nur über Umwege. Und zwar muss man erstmal alle Commands aus dem Command-Tree fetchen und kann dann daraus die Mentions generieren. Das ist aber dann wiederum für Command-Groups nicht so einfach. Ein weiteres Feature wären zum Beispiel die Context-Menü-Commands. Da hat sich der Owner von Discord.py gedacht, dass man die in Cox ja eigentlich gar nicht braucht. Und wenn man die in Cox braucht, dann kann man sich das Ganze einfach hier selbst implementieren. Das heißt, es ist wieder möglich, aber wieder nur mit ein paar Umwegen. Und so Features wie der Paginator oder dass man Fused beim Timeout direkt desablen kann, die gibt es bei Discord.py einfach nicht. Da müsst ihr dann halt Abstriche machen oder das selbst implementieren. Discord.py hat natürlich auch ein paar coole Sachen, die es bei PyCode nicht gibt. Transformers sind zum Beispiel relativ gut umgesetzt. Und ein Feature, was mir noch gut gefallen hat, sind zum Beispiel Group Cox. Da kann man zum Beispiel hier diese Guild-Only-Decorator für die ganze Gruppe anwenden. Das finde ich ziemlich praktisch. Für eine finale Entscheidung würde ich euch einfach empfehlen, die beiden Codes zu vergleichen. Geht einfach auf den Link in der Videobeschreibung und sucht euch ein Thema aus. Dann seht ihr nämlich hier einmal den Code für PyCode und hier den Code für Discord.py. Und dann könnt ihr euch entscheiden, was vielleicht für euch einfacher ist oder was euch besser gefällt. Aber wichtig zu wissen ist, dass ihr mit beiden Libraries so gut wie alles machen könnt, was ihr für Discord-Bots braucht. Die eine Library hat vielleicht ein paar mehr Komfortfunktionen als die andere. Aber prinzipiell könnt ihr mit beiden Libraries alles umsetzen, was ihr wollt. Wenn ihr also jetzt anfangen wollt, Discord-Bots zu programmieren, dann könnt ihr euch entweder meine Tutorial-Reihe angucken, die ist wie gesagt in PyCode. Oder ihr schaut euch die Discord.py-Codes an. Wie gesagt, beide Libraries haben Vor- und Nachteile. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video bei der Entscheidung helfen. Wenn ihr Fragen habt, dann kommt gerne auf meinem Discord-Server vorbei und stellt die hier im Help-Kanal. Da helfen wir euch gerne weiter, auch wenn ihr noch Fragen zu Discord.py oder PyCode habt. Und sonst wünsche ich euch noch eine wunderschöne gute Nacht, schlaf gut und wir sehen uns in der nächsten Folge.